jo hallo wieder bei mir beim dicken joshi wieder ein bd vorstellung wieder ein blu-ray doppelt feature pack also die kremlins kollektion auch wieder weihnachtszeit naht es wird wieder hoch und runter gespielt die ganzen kremlins gedöhns 1 und 2 halt auch so kleine kultfilme halt gerade teil 1 mit gizmo und sowas kremlins wer es nicht kennt vielleicht vorher mal schauen bevor man sich etwas zulegt fsk 16 weiter 1 ist ein bisschen der also nicht gerade für kleine kinder gemacht wie gesagt bild bei teil 1 bombe also super gemacht ist natürlich kein avatar bild aber trotzdem für das alter dann teil 1 ist immerhin in dolby digital 5.1 oder warte muss gucken ganz kurz aus dem bild nehmen ja da wie 5.1 und ich glaube zeit zweist nur in der wiese round aber es hat so filme die auch wieder weihnachtszeit abgespielt werden diesmal die aufteilung so also kremlins 1 ab 16 und kremlins 2 ab 12 also die disk sind schön gestaltet schöne aufdrucker drauf und die filme sind also ja man kennt ob man es jetzt haben muss ich habe es mir gekauft ich finde es toll und doppelfeature pack sind alle beide drin was will man mehr ich will hoffen euch hat es wieder ein bisschen gefallen und langweile euch nicht wenn es euch nicht so gefallen hat daumen runter wenn es euch gefallen hat daumen hoch und in halt kommentare sind auch erwünscht bis später sagt euer dicker joshi